Dankeschön, lieber Heinz. Tanzkauer, komm lass mal! 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 Wow. 第二個. Bezes teachers categorie Mit der Trum, 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 mit der Trum, 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 mit der Trum, Trum, Trum. Mal flicke durch die Bühne, mit der Trum, 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 mit der Trum, Trum, Trum. Das kommt nicht in Koma. Und ich sag nie mehr Fast the Lover, nie mehr Ruhe im Wies. Nie mehr Fast the Lover, ohne dich. Du's bei mir, Heinz, wunderbar. Hallo Düsseldorf, aufgezogen ist für euch das Ehren-Tanz-Quadiel vom Dörf von 1929. Wir freuen uns, lieber Heinz, heute wieder bei euch sein zu dürfen. Haben für euch ein kleines Geschenk mitgebracht. Den Jubiläumstanz für euch. Tanzerscore, Tanzschore, Stellschub zum Altbier-Mädchen. Ich lof hier allein durch die ganz fremde Stadt. Und ich hätte es so richtig, betrieben wie ihr Pappt. Alle Lüthet und Schloch, alle Neime sind dicht. Und ich denk an Düsseldorf, denn da wird nur leicht. Ich bin ein kleines Geschenk mitgebracht. Sie geht jetzt los, auf die Stühle weh' ich los, aber nicht in die Hölle. Für die Liebe, für das Leben, für mehr Geld, auch nicht. Wir sind für und nicht dagegen, dass die Welt sich weiter dreht. Für die Freude und Vergnügen, unser absolutes Jahr. Aber für Mühle und das Leben ist die Nacht zum Schlafen da. Ja, ba, 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 ba. Wir geben den Damen und den Herren jetzt mal so ein, zwei Minuten Pause zum Frischluftschnappen und zum Wassertränken. Ist herrlich, ne? Ist eine super Truppe. Die schaffen es sogar in den kleinsten Sälen, zum Beispiel hier drüben in Sankt Maria und Unterkreuz in Fasa, da tanzen die genauso. Da fliegen die Mädels genauso hoch wie hier, allerdings wechseln die da in den Saal die Glühbirnen, wenn die oben sind. Ist das Wester schon zu kalt, Schatz? Alles gut. Ja, guck mal. Der Chefadjudant des Präsidenten geht eigenhändig mit dem Tablett mit Wasser, sonst trägt er sowas nicht. Das lehnt er strikt ab, weil so durchsichtige Sachen trägt er nicht gerne. Passt nicht zum Körper, ne? Na ja, gut, wenn ich deinen Körper hätte, müsste ich in ein anderes Auto fahren. Ja, gut. Ja, aber wann du kannst damit so? Der ist gut gemerkt, muss man sagen. Der kriegt keine Erkältung, der kriegt überhaupt nichts. Lieber Heinz. Ja, ich bin hier. Darf ich dich mal unterbrechen? Hast du schon? Ja. Bitte. Darf ich dich mal zu mir bitten hier? Oh, gerne. Also, wir sind jetzt seit sechs Jahren das Ehrentanzchor der Elf vom Dorf und ihr habt ja Jubiläum. Und wir haben es leider noch nicht geschafft, euch unser eigentliches Geschenk zu überreichen. Das Tänzchen war natürlich nur ein kleines Geschenk. Ich weiß, du hast einen ganz, ganz großen Wunsch. Und zwar ist dein größter Wunsch, dass wir ein aktuelles Fotoshooting mal zusammen machen. Das ganze Chor, ihr und das Ehrentanzchor. Und unsere liebe Caro, die hat da einen Gutschein vorbereitet. Und zwar schenken wir euch zum Jubiläum einen Gutschein über ein Fotoshooting mit euch und uns an einer Location eurer Wahl. Und unsere liebe Angelina wird die Fotos davon machen. Wow, das ist ja super. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Denkt dran, werdet ihr das machen, dass wir den Grill mitnehmen. Und dafür ordentlich ein paar Fläste und Bier dabei haben. Es wird ein langer Abend. Da freuen wir uns drauf. Also ich habe mir vorgestellt, wir nehmen diesen Kristallsaal im Schloss Benrath. Das ist sehr schön. Man kann auch hinterher im Park flammieren und sich auf irgendwelche Parkbänke niederlassen. Was willst du denn nun? Bring ihn, bring ihn. Seht es so gut und bring doch mal bitte die leeren Gläser, die fragen dahinter nach. So, ich bedanke mich zunächst erstmal recht herzlich, das nehme ich gerne an mich. Wen darf ich dir danken bekommen? Es dauert jetzt etwas. Holst du schon mal Getränke, da gibt es was zu essen. Es dauert. Alle gehint nicht. Die werden alle leidig. Und kalt. Also, ich sag mal. Hör mal die dumme Danze. Das war ein bisschen ärmlich. Hör mal die Danze los. Ja. Da geht doch. Ja, ich glaube, Tanzkor, da können wir auch nicht widerstehen. Tanzkor-Stelle-Rupfe. Sonne da, so schön wie. Hey. Oh, ich sag mal. Oh, ich sag mal. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich sag mal. Oh 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 oh, yeah-oh, oh 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 Denn ich bin nur ne Kölsche Jung Und nieder editor dein Lippen undاص DieEEP MÖSchm provisions Und jedes Wort bietet, du wir научin opl cesm 6 Technik From the god, from the world. From the god, it's all over, from the world. From the world, it's all over and over. From the world, it's all over it. Hey! sprichst du jetzt noch mal? Nein, jetzt holst du mal tief Luft, ich komme hier in die Mitte, das Schöne ist, wurde gerade angesprochen, Heinz, sag mal, wo hast du die denn her? Das ist fantastisch, die sind Einfallspitze und ich muss sagen, denen gibt es nichts hier zuzufügen. Komm doch, jetzt fahrt er jetzt wieder rein? Wir fangen jetzt rein, machen ein Stündchen auf zwei Pausen und dann geht's weiter, die ganze Nacht. Die ganze Nacht? Du Glücklicher! Welche Kälte bist du? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Ich meine, wir haben fast ein Alter, verraten wir das mal bitte. Ja, überlegt ja, ich bin auch gerade erst heftig, aber ich muss sagen, super. Ihr Lieben, echt herzlichen Dank, dass ihr so freundlich uns besucht habt für das tolle Geschenk auf das Tanzkur, dreimal Elf von Dörb, dreimal Düsseldorf, Elf von Dörb. Und! So, dann spielt sie dich schön raus, damit die nächsten rein können, nicht erforderlich, der Aufpass ist eng, die haben auch blau-weiß zum Dieformel an. Nicht, dass ihr euch daraus versehen mischt. Die wollten schon. Passt auf die Mädels auf. So. Will ich mal gucken, ob das klappt. Keine große Mühe. Zeig mal deine Hosen. Hau dir eine Fleck drauf. Hau dir eine Fleck drauf. Hau dir eine Fleck drauf.